hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge infekte ja dann trinken mal gerade so ein schlückchen ja keine angst es wird nicht riesig werden wir werfen hier mal ein bisschen brettchen rein schaden kann das nicht super so brettchen leer wir nehmen hier mit rauf das hier oder sechs stück super und dann bauen wir da einfach für später einen holzheitsständer auf lager stockständer holzheitsständer so und da soll der mike machen was er möchte er soll machen was wir möchten eigentlich gehört das auch noch als beton decke oder wir machen hier auch ein dach drauf was witzig wäre aber dann bräuchte man die treppe hier nicht und die treppe brauchen für später so einmal möchte ich schlafen gehen und dann mit euch kurz kurz in die mine schauen also ich fahre mit dem wagen ins schlafzimmer ja und bald meine leben auch wenn man es nicht glaubt werden wir unser schlafzimmer oben haben ja so ein wenig schlafen möge die ausdauer wieder kommen so war unser anfangs haus wobei das richtige anfangs haus ist ja da drüben irgendwo tiere müssten auch mal wieder jagen irgendwie ein frosch den meinte ich nicht ich meinte ein ray oder sowas so ist da was drin aus sein ray nö nö super so das kommt daher das kommt daher ich freue mir ja da würde ich mal sagen räumen wir werfen weg dass das das super haben wir mal ausräumen wir müssen ja gar nicht so riesen mengen mitnehmen ja wenn ich den sie hat mich der kam aus der wand oder okay ab in den nahkampf ab in den nahkampf ja mit schild besser natürlich so blei ich lege es rein ich bin so frei kobalt ja dann haben wir laminum und ein wenig kopfer kopfer gewicht zu hätte ich ihre irgendwie am liebsten so alles mitnehmen ja damit die dinge nicht voll laufen ich weiß ein bisschen platz wäre noch gewesen aber besser früher schauen als zu spät schauen so geht ja wunderbar kiste voll das ist toll das war das ziel werden zumindest eine kiste voll so die eine kiste schema daher die ist voll das ist gut so steinchen haben wir gehen noch dann haben wir einmal alu einmal kopfer so raus raus und ich glaube wir haben dann alle entleert was auch gut ist ja da steinchen noch gut so den wagen müssen wir hier nicht stehen lassen den können wir hier stehen lassen jetzt dachte ich da geht da so aber ihn und in und mich läuft schon was gut ist Mike soll laufen. So, Mike, der gülteste. Ah, ein Huhn. Apropos Huhn. Apropos Huhn. So. So. Was? Irgendwas war da? Ah, ja, ist Fleisch. Natürlich, das Fleisch. So, Fleisch. Essen, dranhängen. Wunderbar. So. Dann haben wir den Wagen. Den füllen wir jetzt schön brav mit Holz an. So. Dann machen wir uns noch Cement. Das ist so still hier. Eins, zwei. Oh. 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 Ich kann nicht drauf geachtet. So. Cobalt. Das ist kein Kobalt. Auch wenn es ein Erz ist. So. Kopfer. Und das Alu. Wunderbar. So. Gut. Gut. Und gut. So. Wenn wir das jetzt umwandeln. Einmal. Alle. haben wir natürlich schwerstes Übergewicht. Ja. Und. Jetzt weiß ich nicht genau. Welches haben wir da angeklickt? Okay. So war. Sehr schön. Dies bisschen Lehm packen wir da rein. So. Und rauf mit uns. Ein bisschen Zement haben wir dabei. Ein bisschen vom Lehm für die Dächlein. Was das? Wieso ist das da oben hier? Okay. Okay. So. Ich packe das hier hinein. Dann packe ich das hier da hinein. Und freue mich, dass wir da zumindest ein paar Dinger haben. Yeah. Das war irgendwie. Naja. So. Ich kann es hören, aber nichts sehen. So. Und ich glaube, das reicht, dass wir zumindest auf der einen Seite die Brüstungen fertig creaken. Sehr schön. So. Zwei noch. Das reicht definitiv. So. Eins, zwei. Kurz Pause machen wegen Ausdauer. Du rennst zu viel. Ja. Wir können uns dann natürlich bei der guten Traderin. Können wir uns diesen Skill, dass wir mehr laufen können. Können kaufen. Ja. Es ist voll ein Skill, laufen. Ja. So. Dann haben wir hier. Cool. So. Der Wagen ist unten. Ich habe ihn gerade gesucht. Ich habe gerade überlegt, Schlafzimmer hier hätte ich echt gerne in dem Stock. Aber wir haben ausreichend Hühner. Aha. Chicken. Gut. Das ist ein braunes Huhn. Ein seltenes braunes Huhn. Sehr, sehr. Aha. Und geht schon wieder los. So. So. Wir schleppen uns einmal vor. Also. Schlafzimmer hätte ich gerne in dem Stock. Im Stock. Komm, wir bauen das einfach. Ganz oben, Chillout Area, dann der Dachgarten mit der Barbecue-Ecke. Alles cool. Und Beleuchtung. Beleuchtung ist auch so ein Thema. Das müssen wir uns auch noch irgendwie... Ja, 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 Beleuchtung. So. Inventar. Hippie-Bra. So. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ihr wisst, was wir vorhaben. So, aber irgendwann müssen wir das Thema ja... Ach komm. Das Thema ja auch angehen. Da war noch einer zum Reintun. Wie viel Treibstoff haben wir denn? Ui, ui, ui. So. Dann gehen wir jetzt nochmal rauf. Aber wir nehmen diesmal den Wagen mit. Nimm den Wagen mit. Dö, 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 dö. So. Naja, dass da zumindest ein bisschen gesägt werden kann. So, Schlafzimmer. Ja, vielleicht machen wir wirklich da unten an der Ecke Schlafzimmer. Oh ja, das werden wir machen. Ja, nicht. Wir können ja auch zwei Schlafzimmer machen. Auch eine witzige Sache. So. So, ich packe das mal da rein. Beziehungsweise ich packe das nicht da rein. Wir machen das so. Super. So, jetzt eher. Ja, wir haben noch Beton in dem Foten. Da machen wir aber da und da und da. Hallo Mike. Und da und da und da. Ja. Auch das Geländer wird. Beton. Wunderbar. Wunderbar. So. Ja. Sehr cool. So. Und am Geländer könnte man, könnte, könnte. Wenn man die Dächerkonstruktionen ansieht, man könnte das hier so rundherum als rundherum dach. Aber das, äh, nö. Das macht man nicht. Das kann man da eventuell dran tun. Aber, mäh. Nö. So. Eins, zwei, drei. Und noch einer. Sehr schön. Die zwei Zement packe ich da und da. Und mit dem Wagen fahren wir da mal rauf. So. Dann haben wir da auch was reingeworfen. Dann geht's hier weiter. So. Wir lassen den aber da stehen mal. So. Leuchtmittel brauchen wir hier noch für den Balkon. Aber sonst hast du alles gut. So. Also. Wir nähern uns dem Thema. Hier Schlafzimmer. Hier. Da. Schlafecke. Oder drüben. Nö. Ich will es hier. Ah. Dieses Huhn. So. Platzierbar. Möbel. Schlafzimmer. Ja. Das definitiv nicht mehr. Da brauchen wir das. Oh. Zwölf Tuch. Doppelbett. Wir machen mal das hier. So. Das kommt hier an die Wand dran. So. Sehr schön. Dann brauchen wir platzierbar Möbel. Schlafzimmer. Das haben wir. Wir brauchen zwei Nachtkästchen. So. Einmal da. Weiß ich nicht, ob das schön ist. Aber das werden wir machen. Einmal da. Einmal da. Wobei. Da reicht's eigentlich. Wir reißen das ab. Wir machen es nur auf der anderen Seite. Da ist der Blick nach draußen nämlich noch frei. Das ist schön. So. Möbel. Schlafzimmer. Das hier. Nachtkästchen. Hallo. Bäm. So. Dann war da noch irgendein Kasten, der vielleicht dazu passen würde. Nö. Oder vielleicht. So. Holz kommode. 15 Bretter, 15 Nägel. 25 Bretter. Schrauben. Wieso schrauben? So. Da stellen wir da daneben. Weiß Platz hat. Na. Hängt's kurz. So. Bäm. Wunderbar. Wunderbar. Und können wir da natürlich noch weitere Dekortige reinbringen. Bretter, Nägel, Kopfer. Und Tuch. Okay. Bisschen Schraube. So. Wir machen mal Nägel. Wir machen mal schrauben. So. Einmal eher. Einmal eher. Bäm. Die Nägel, die schrauben das Tuch. Tuch. Hatten wir auch noch Kopferbahn? Ich glaube, Kopferbahn war auch ein Thema. Wir nehmen das mal rauf und schauen mal, wo wir hinkommen damit. Super. Super. So. Wir brauchen nur noch Bretter. Genau. Passt. Und dann haben wir unser Bettchen oben. Hallo Mike. Und Tücher brauchen wir auch wieder neue. Ah. Gut. Wie ging das nochmal mit den Tüchern? Okay. Aber zuerst brauchen wir Bretter. So. Schwäubchen. Nägel. Alles weg. Bretter. Machen wir nochmal Zement. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann können wir auch leichter gleich oben weiter betonieren. So. So. Wunderbar. Wunderbar. So. Das kommt da rein. Wir brauchen. Fischöl. Nö. Nö. Ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Sechs Stück Fischlampen. Okay. Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Fischlampen. Wobei da kann man das dann reinstellen. Ich nehme mal Kopfhund Eisen mit. Die elektrisch will ich es im Moment nicht. Kopfhund Eisen. Hm. Ich nehme mal jeweils zehn. Aber das wird zu viel sein. Oder? Keine Ahnung. Wir probieren es mal. So. Wenn wir dann am Abend was lesen wollen. Hm. Braucht man auch Licht. So. Platzierbar. Möbel. Beleuchtung. Da sind wir jetzt bei der Öllampe 2. Ja. Das passt ja eigentlich ganz gut. Die stellen wir mal. Wenn wir die da herstellen. Oder? Ich stelle die mal da her. Sehr schön. Und vielleicht neben das Bett auch noch eine. Nö. So. Beleuchtung. So. Dass man da an die Ecke eine herstellt. Und dann schauen wir. Wir können jetzt ja noch umschlichten alles. So. Was wir auch brauchen sind hier platzierbar. eine Möbelbeleuchtung. Fischlampe. Einmal. Hallo Mike. Zweimal. Jawohl. Und jawohl. So. Wir holen mal Brätchen. Fischöl haben wir sehr wenig finde ich. Wir müssen mal wieder mal einen Fischtag einlegen. So. Meine Lieben. Wir nähern uns schon wieder mal dem Ende der Folge. Folgen werden kürzer. So. Wir haben vor ein paar Tagen. Habe ich euch gefragt. Wie wir das verändern. Ich möchte noch auf täglichem Rhythmus hier bleiben. Bei infected. Einfach weil es mir Freude macht. Bräutchen. Bräutchen hat er gesagt. Wow. So. Das ist ja ein Schwein jetzt aber. Sollten wir das töten? Ich würde es echt gerne töten. Okay. Dann müssen wir die Möbel wohl oder übel in der nächsten Folge fällig machen. Die Frage ist nur. Wo finden wir das Schwein? Da sehe ich es mal nicht. Das ist Mike. Das ist kein Schwein. Ich sehe es aber echt nicht. Aber es hat gegrunzt. Das ist schon cool. Da muss noch die Beleuchtung hin. Alles super. Da ist es. Gut, dass wir noch in die Höhle gegangen sind. Da kriegen wir schon ein Leder wieder. So meine Lieben. Da schläft man. Und wird dann das Couch weiter schlafen. So meine Lieben. Das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Das war es für die Höhle. Ich bedanke mich für die Höhle. Aber wo? Ach, schon wieder. Yeah. So meine Lieben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.